Hallo Wuppertal, wir sind wieder beim Zirkus Flickflack unterwegs und widmen uns heute einem der spektakulärsten Acts der ganzen Show. Hinter mir sieht man schon diese riesige Kugel hier und in dieser Kugel fahren gleich mehrere Motorradfahrer später in der Show mit ihren Mopeds rum. Und der Cheffahrer der Truppe, Sergio, ist heute hier bei uns. Larissa ist zusätzlich da, die für uns übersetzen wird. Vielleicht kannst du als allererstes mal erklären, Sergio, wie habt ihr denn angefangen, überhaupt diese spektakuläre Show zu trainieren? Die erste Frage ist, wie ihr diesen Nummer startet? Wenn wir die erste Mal starten, dann kommt der Maske, der das die meisten weiß, und dann beginnt die ersten Runden. Das ist das der Mareo. Am Anfang fahren die halt einzeln in der Kugel und man muss sich erst mal daran gewöhnen, dass einem nicht schwindelig oder schlecht wird, weil wenn man halt wie im Karussell viel sich dreht, dann ist klar, dass einem irgendwie schwindelig oder schlecht wird und da kann sich der Körper wirklich dran gewöhnen. Und wie hat das dann angefangen, dass direkt mehrere Fahrer in der Kugel waren? Und wie hat sich mehr und mehr Leute in der Kugel gestellt? Bei denen war es jetzt so, dass einige von denen schon lange in der Kugel gefahren sind und dann nur ein paar neue dazugekommen sind und die, die es halt schon konnten, die fahren oben, die anderen fahren unten und die es schon kennen, die passen halt auf die anderen so ein bisschen auf oder achten noch mehr drauf, weil die halt schon wissen, was passieren kann auf die Neulinge, die langsam da reinkommen, erst ein, dann zwei, dann drei und so weiter. Das heißt, es kann aber eben auch was passieren. Ich glaube, bis zu acht Fahrer sind ja tatsächlich dann am Ende in der Kugel. Woher kommt denn der Mut? Also woher nimmt man immer wieder den Mut, dann in diese Kugel reinzufahren? Bei uns sind zehn Fahrer am Ende und sie fragt, woher steht der Mut, ich weiß nicht, wie man Mut sagt, der Mut, der Courage für jeden Tag in der Kugel. Als erstes hat er gesagt, die sind schon so geboren und das ist, dass es ein einfach in denen drin und die hatten halt jahrelanges Training, dass es irgendwann nicht nicht mehr wirklich was mit Mut zu tun hat, sondern mit Können. Jetzt habe ich gehört, dass für dich, Sergej, auch der Glaube da immer eine große Rolle spielt. Inwiefern unterstützt der dich bei deiner Arbeit als Artist? Que importante es in creer, in creer in Dios por ti. Jeden Tag vor jeder Show beten die und für die ist es sehr wichtig, an Gott zu glauben und die glauben, dass Gott einfach da ist und auf die aufpasst. Also der Glaube an Gott und natürlich ein sehr regelmäßiges Training, der dann dazu führt, dass Flickflack auch in diesem Bereich Rekorde toppen kann. Zehn Fahrer sind hier in dieser Kugel, auch heute Abend wieder bei der Show im Flickflack.